Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video von mir. Ja, heute sind wir schon wieder in meiner Garage und ihr seht, es ist dringend notwendig und ich habe mir gedacht, ich filme euch das mit als kleine Frühlingsmotivation, weil es kann ja nicht mehr lange dauern, dass der Frühling kommt und der Frühling ist ja prädestiniert dafür, dass man irgendwas aufräumt, neu organisiert, irgendwas Neues macht, was renoviert oder keine Ahnung, irgendwas upcycelt oder ja, also bei mir ist das zumindest so. Ich weiß ja nicht, ob es bei euch auch so ist, das wäre mal ganz wichtig zu erfahren. Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare rein, ob ihr das auch kennt. Wenn es draußen wärmer wird, dass man dann so einen Tatendrang hat und irgendetwas machen möchte. Und ich möchte ja immer was machen, wo quasi der Effekt relativ groß ist. Deswegen seht ihr ja auch in meinen Putzroutinen, dass es vorher immer ausschaut wie so. Ich könnte ja auch Ordnung halten, dann würde es nicht so aussehen. Aber wenn es schon vorher ordentlich ist, dann bringt ja das zum Rahmen nicht wirklich viel, also man sieht keinen großen Unterschied. Und das ist das, was bei mir halt so ist. Deswegen tue ich, wenn ich meine Putzroutinen mache, da schaut es immer vorher aus wie so, weil ich den ganzen Tag alles hinstellen und hinstellen lasse und eigentlich nichts mache und dann räume ich es weg, weil dann habe ich einen schönen Vorher-Nachher-Effekt. Also so bin halt ich gestrickt. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich finde es halt immer sehr witzig. Es gibt jede Menge Putzroutinen auf YouTube, wo ich mir denke, die hinten ist vorher schon sauber. Die nimmt vielleicht zwei Pullover, legt sie in den Kasten rein oder räumt ein bisschen ein Spielzeug weg vom Kind und dann macht sie noch einen Einkaufshall. Aber ich finde das halt nicht so prickelnd, wenn es da vorher schon schön ist. Man muss doch einen Unterschied sehen. Also bei mir ist das zumindest so, dann werde ich motiviert. Und Motivation ist genau das, was ich heute wieder für euch habe. Hoffe ich zumindest. Weil auch wenn ihr jetzt kein Haus mit Garage habt, habt ihr eine Wohnung, vielleicht mit einem Kellerabteil, vielleicht mit einer Abstellkammer. Vielleicht habt ihr auch einfach nur einen Schrank oder ein paar Laden, die ausgemistet gehören oder vielleicht das Auto. Das wäre bei mir übrigens auch notwendig, aber naja. Also ich bin mir überzeugt davon, jeder hat irgendwo ein Eckchen. Das heißt die Garage, die Gartenhütte, das Kellerabteil der Abstellkammer oder einfach nur so ein Kasten, der vielleicht auch ein bisschen aufgeräumt gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Garage komplett auf links drehe und jedes Kastl ausräume und neu einsortiere und keine Ahnung, Schrauben sortiere oder so. Nein, das mache ich nicht, weil das ist wieder so, wer uns sagt, man hocken für wen der Vater und Mutter der Schlangen hat. Also eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, um es in Hochdeutsch zu formulieren, das mache ich nicht. Das ist ja auch immerhin das Hoheitsgebiet eigentlich von meinem Mann. Und wenn er Schrauberl sortieren will, dann muss er das leider selber tun. Ich tue nur grob da herinnern, dass man halt wieder durchgehen kann, weil er sitzt, da steht so viel Dreck rum und, und, und. Klumpert rum, was eben für den Flohmarkt gehört, wegkaut gehört, weggeräumt gehört, einsortiert gehört und, 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 und. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch da heute mit. Es sind ja auch vorher die Blumen in der Garage gestanden. Deswegen habe ich da Blätter herinnen liegen. Es ist jetzt nicht so, dass oben ein Loch in der Decke ist. Vorher sind die Blumen herinnen gestanden, die wir übermintern immer in der Garage. Und dadurch, dass es jetzt schon so warm war und die Blumen, oh Gott, Sprechdurchfall, und die Blumen schon angefangen haben auszutreiben. Und ich dachte, nein, ich muss die jetzt herausstellen. Ich habe übrigens dann auch noch meine Terrasse gemacht. Ganz, ganz, ganz am Schluss seht ihr, dass ich meine Terrasse gemacht habe. Die Maggie hat mich ja letztes Mal darauf hingewiesen, dass ich sie letztes Jahr schon im Februar gemacht habe. Und sie hatte recht, am 24. Februar letzten Jahres habe ich meine Terrasse schon fix fertig gehabt. Also war ich heuer relativ spät dran mit 10. März. Gut. Also wie gesagt, es geht ja da eigentlich nur ums Hin- und Herräumen. Und es ist ein Wahnsinn, wie oft ich Sachen in die Hand nehme. Ist das bei euch auch so? Weil ich nehme Sachen, glaube ich, fünfmal in die Hand, bevor ich es da wegräume. Aber bei diesem Chaos ist es halt irgendwie nicht anders möglich. Ich räume sie immer von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts und dann von oben nach runter. Ja, also ja, gerade bei solchen Räumlichkeiten ist das halt irgendwie total Org. Und wie es so ist beim Aufräumen, man findet einiges. Ja, ich habe hier noch jede Menge Mundschutz für die einen Corona-Wahnsinnigen. Der bringt allerdings nichts, aber vielleicht kann ich ihn trotzdem teuer verkaufen auf Ebay oder so. Ja, also ja, doch jede Menge Mundschutz habe ich gefunden. Und... Ich habe die Haken gefunden. Ich versuche ihn schon seit zwei Monaten. Ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe ja in der Küche diese eine Stange neben den Geschirrspüler montiert. Und da gehören eben diese Haken dazu. Und ich wusste, ich habe sie gekauft. Ich wusste aber nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Ich dachte mir, dass ich sie in der Garage irgendwo habe, aber... Ja, weil die Stange war ja auch in der Garage, aber die Haken dazu habe ich echt... Ich habe echt nicht mehr gefunden, ne? Aber ich wusste, irgendwann mache ich die Garage und somit werden auch die Haken noch kurz oder lang auftauchen. Und jetzt, zwei Monate später, tada, habe ich endlich gehacken. Ich habe sie auch schon dran montiert an die Stange. Ja, Kabeln gibt es bei uns immer wieder irgendwelche und ich will sie nie weghauen, weil dann haue ich es voll schön weg. Und ja, deswegen hebe ich sie dann immer alle auf und ich suche seit, ich glaube seit zwei Jahren oder seit eineinhalb Jahren, suche ich das Kabel von meiner externen Festplatte. Das habe ich noch immer nicht gefunden, aber egal. Vielleicht taucht es ja doch noch irgendwo auf. Ja, da in diesem Köpfchen wieder ein paar Kabelbinder. Meine Freunde, wisst, Kabelbinder sind eines meiner besten Freunde. Ich finde Kabelbinder einfach super. Mit denen kann man so richtig so fast alles fixieren. Ja, am meisten stehe ich eh deppert rum und weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Diese schwarze Kiste da, das ist kein Sarg. Das ist so eine Bühnenkiste. Also da hat mein Mann seinen Musikklump da drinnen für seine Auftritte. Und ja, die Städte hat total geschissen. Ich komme da nicht vorbei. Wurschtle mich da jedes Mal durch. Haben wir auch schon in der Label aufgerissen, weil ich hängen geblieben bin. Ich schiebe sie aber nicht weg. Ich meine, ich schiebe sie jetzt dann bald weg. Aber die steht auch seit Herbst. Steht die da drinnen. Und ihr braucht es nicht glauben, wie oft ich mich da da stehsen habe, wenn ich da durchgegangen bin. Also, ja, und das war es mir dann zu viel. Vor allem, es ist eben ein bisschen wärmer gewesen an diesem Tag. In der Garage war es trotzdem saukalt, aber hat ja keine Heizung. Aber draußen war es recht warm. Und wie schon vorher eingangs erwähnt, wenn es denn wärmer wird, bin ich immer ein bisschen motiviert, alles Mögliche zu tun. Da kriegt mein Mann auch dann so richtig am Sack. Ja, so, naja, soll man vielleicht die Terrasse streichen und ich möchte das Haus streichen. Also nicht das Wohnhaus, sondern das Gartenhaus. Und der, naja, na, und das ist so viel Hocken. Wurscht, egal, ich mag es mit meiner Freundin. Wozu hat man Freunde? Und das muss man jetzt erst abschleifen. Das ist ja ein Holzhaus. Das muss man erst abschleifen und muss man streichen. Weil ich möchte das Häuschen gern weiß-grau streichen. Also ganz, ganz hellgrau und ein bisschen mittelgrau. Aber ich glaube, das habe ich euch eh entweder im Instagram oder im letzten Video erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich das streichen. Die Terrasse an sich gehört gestrichen. Weil mein Mann hat auch gemeint, wie ich fertig war mit allem. Warum hast du die Möbeln rausgestellt? Wir müssen ja noch die Terrasse streichen. Ja, aber da muss es ein bisschen wärmer werden. Da muss es konstant so 20 Grad herum haben, damit ich das ordentlich abkirchen kann und streichen kann. Und dann habe ich gedacht, na wurscht, dann räume ich halt die Terrasse einfach wieder ab. Ja, ist zwar die doppelte Hoffnung, aber ich habe ja Zeit. Arbeite ja nur halbtags und das von zu Hause aus. Ja, und da wäre ich dann immer ganz unrund. Ich habe auch, wie ich meine Blumen rausgestellt habe, zwei haben es nicht überlebt. Da brauche ich jetzt neue. Also muss ich in der Sekunde zum Bella Flora fahren oder zu irgendeinem anderen Markt, wo ich Blumen kriege. Weil ich dann immer ganz nervös bin. Und möchte dann immer alles auf einmal und gleich machen. Und was lustig ist, ich habe ja die Garage gemacht. Dafür schaut es im Haus aus. Wieso? Weil ich dann natürlich nicht dazu komme, dass ich dann meine normale Putzroutine mache. Da stelle ich dann alles immer nur hin. Sammelt sich wieder alles an und irgendwie schaut es aus, dass es ja der Bomben eingeschlagen. Aber das ist Stoff für ein neues Video. Also, nächstes Video ist auch schon gesaved. Ja, das ist wie gesagt dieses, es soll ein Motivationsvideo sein für euch, dass ihr irgendetwas auch entrümpelt oder umräumt herrichtet und und und. Haben wir ja überlegt, dass ich so eine kleine Spring-Serie mache. So eine Frühlingsmotivationsserie. Aber dann habe ich Teil 1, vielleicht läuft es gut und ich habe dann auch noch Teil 2. Ja, und dann mache ich schon wieder was anderes. Ich kann nicht sehr lange auf eine Sache konzentriert sein. Und dann fällt mir was anderes ein und dann denkt man, nein, das wäre vielleicht auch ein Video und dann passt es schon wieder nicht mehr dazu. Also, ist es inoffiziell Spring-Serie, Spring-Motivation Teil 1, Part 1. Ja, inoffiziell. Und schauen wir mal, ob wir noch mehr kriegen. Ja, weil wenn es dann wieder warm wird, habe ich ja auch wieder meine Gartenroutine zu machen. Ich werde auch in Stress kommen. Mir wird auch dann schön langsam warm. Da habe ich jede Menge so Kochbücher, so kleine. Und das kommt eben alles für den Flohmarkt. Ich möchte dann nächste oder übernächste Woche eher vielleicht am Flohmarkt fahren. Und drückt mir die Daumen, dass ich den ganzen Scheiß loswerde. Ich habe da ein bisschen Gewand von den Jungs drinnen. Eben einen ganzen Arsch voll Papa-Sachen. Immer noch. Und was weiß ich, was da eigentlich alles drinnen ist. Ich habe es zwar eingeräumt, aber keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob sich das Gewand von den Jungs am Flohmarkt gut verkaufen wird. Ja, und wer es sieht, da hinten im Eck steht auch ein Schlagzeug. Also wer ein Schlagzeug braucht, meldet euch bitte bei mir. Ich habe eines. Mit ganz, ganz viele Trommeln. Zwei Bassdrums oder wie das heißt. Ja, wer es braucht, bitte meldet euch. Ich habe eins zu verkaufen. Ja, mittlerweile habe ich die Kiste auf die Seite gestellt. Und jetzt geht es mir da wieder am Nähr. Aber egal. Da habe ich eine ganze Kiste voll Häkel- und Stricknadeln. Ich meine, ihr wisst ja, wer mir auf Instagram verfolgt weiß, dass ich nähe, Häkel und stricke. Und ich habe euch auch schon eine Decke gezeigt, die ich gehäkelt habe, die im Wohnzimmer am Sessel liegt. Und ich habe sämtliche Stricknadeln und Häkelnadeln. Und diese Schachtel ist voll mit Häkeln und Stricknadeln. Zusätzlich, ja. Weil da kostet er Wolle. Und dann bist du nicht sicher, habe ich jetzt wirklich die dreieinhalb Nadel zu Hause? Da kostet er halt sicherheitshalber. Eine kostet ja nur, weiß ich jetzt nicht, 4,50 oder sonst irgendwas. Also, das bringt dich jetzt nicht in den Ruin, ja. Dann kommst du nach Hause und stellst fest, ja, du hast schon dreieinhalb Nadel und zwar viermal. Dafür hast du kein Vierer, ne. Und weil du dann draufkommst, es wäre vielleicht doch besser, das Ganze mit Vierernadel zu stricken. Ja, also, ja. Aber ich glaube, jeder, der irgendein handwerkliches Hobby hat, kennt das. Sei es jetzt beim Malen am Pinsel oder Aforab oder beim Basteln irgendwelche, keine Ahnung, Utensilien, die man halt so braucht. Aber, ja, es ist, oder, oder die Menschen sind wirklich so organisiert, dass sie genau wissen, was sie zu Hause haben, beziehungsweise Listen haben am Computer, die sie dann auch mit dem Handy synchronisieren. Und wenn sie dann ihre Sachen kaufen, brauchen sie nur ihr Handy aufmachen und nachschauen, ah, ja, ich habe diese Stricknabel, diese, ah, diese Stricknabel habe ich nicht, die kann ich mir kaufen, blablabla. Ja, aber ich bin nicht so. Ihr wisst ja, ich bin sehr chaotisch und auch relativ faul. Ja, und deswegen kann es passieren, dass ich etwas doppelt und dreifach kaufe. Deswegen habe ich immer wieder Sachen für den Flohmarkt. Ja, es wird schon ein bisschen besser. Ich sah die Kisten jetzt wieder woanders hin, aber dort bleibt sie jetzt dann ja auch stehen. Ja, weil, ja, diese, diese, diese großen Ikea-Kisten, die ich da habe, die weißen eben, wo diese ganze Dapperwehr und Flohmarkt-Scheiße drinnen ist, ja, die sind halt schon sehr sperrig. Und ich habe jetzt da zwei, vier, sechs, acht, neun Kisten davon in der Garage stehen. Möchte eben, wie schon erwähnt, bald auf den Flohmarkt fahren, um den Scheiß-Trick loszuheben. Alles, was ich nicht loswerfe, fahre ich dann direkt immer auf die Deponie und raus weg. Weil das, ja, mich nervt das, ja. Ich habe, im Keller habe ich ja auch ein paar von diesen Kisten stehen mit der Weihnachts-Deko und mit der anderen Deko und Halloween und Frühling und, und, was weiß ich, was ich da stehen habe. Ja, der Keller-Körer hat vielleicht auch wieder mal gemacht, aber, ja, ja. Ja, was habe ich da gesagt? Da habe ich nur gesagt, es schaut zwar noch nicht wirklich besser aus, aber ich hakele schon seit zwei Stunden, da erinnert, so was, irgend so was in dieser Richtung habe ich da gesagt, ja. Weil ich bin dann erst am Schluss draufgekommen, dass ich da eigentlich gesprochen habe, aber die Tonspur schon gelöscht habe und 27 Mal zusammengeschnitten habe und dachte, nein, wurscht, das tue ich jetzt nicht mehr zurück. Ja, weil ich habe heute auch mit einer Freundin telefoniert, die gesagt hat, na, so ein Video, ob das eigentlich viel Arbeit ist, ne? Dann sage ich, na ja, jein. Ja, weil erstens sind die Videos ja wesentlich länger beim Abfilmen als dann im Endeffekt auf YouTube, weil dieses Video hat jetzt 20 Minuten, hatte aber Videomaterial von zweieinhalb Stunden. Und dann schneide ich natürlich raus, wenn ich aus dem Bild gehe, weil ich gehe, so wie ich in der Küche, da gehe ich raus mit die Dosen oder mit dem Plastikmüll oder trage ich ihn in den Müll raus, vor die Tür in den großen Mülleimer, ja. Und da lasse ich die Kamera zwar laufen, aber im Video seht ihr das dann nicht, weil das dann seht ihr eine leere Kuchel, das ist ja langweilig, ne? Und deswegen schneidet man solche Sachen, schneide ich halt raus. Oder keine Ahnung, wenn ich dann, wenn das Telefon läutet und ich telefoniere, solche Sachen schneidet man raus, ja. Und natürlich macht man auch die Geschwindigkeit schneller. Also da habe ich jetzt 300% Geschwindigkeit, also dreimal so schnell, als es in Wirklichkeit ist. Also habe ich, in normaler Länge würde das Video jetzt genau eine Stunde dauern und es ist aber trotzdem zusammengeschnitten. Ja, zweieinhalb Stunden oder drei, ja, weiß ich nicht, ich glaube zweieinhalb Stunden hatte ich Bildmaterial. Ja, damit ihr das auch einmal wisst, ja. Und dann muss man es natürlich noch besprechen, der Voice-Over, das Geplubbere, was ihr hört. Und ein bisschen die Fotos einfügen von vorher und die Instagram-Seite einfügen und die Überblendung zwischen den Szenen und vielleicht noch eine Musik. Ja, und das dauert halt dann immer ein bisschen, je nachdem wie lang das Video ist. Aber das Zusammenschneiden und Voice-Overn kann auch schon einmal zwei, drei Stunden in Anspruch nehmen. Und deswegen ist es ja auch bei mir so, ich stelle die Kamera hin und nach. Und ich finde es zwar super, wenn ich die Kamera dann auch in einem anderen Winkel habe, aber ich vergesse meistens drauf. Ja, dann denke ich mir, na, wurscht, machst du es dann nix einmal, machst du es bei der nächsten Einstellung, bei der nächsten Einstellung und dann vergesse ich es. Aber ich weiß, dass es besser ausschaut, wenn man die Kamera auch einmal, keine Ahnung, in den Eiskasten stellt und was einräumt oder so. Aber ich bin ja noch am Anfang meiner YouTube-Karriere. Ja, und habe aber noch einen anderen Job und noch andere Sachen zu tun. Und wenn ich nur mehr von YouTube leben kann, so in 17 Jahren, dann mache ich auch super, super Videos mit 37 Kameraeinstellungen, weil da kann ich mir dann auch zwei Kameras leisten, die ich überall hinstellen kann oder drei und schneide es dann zusammen. Aber das wird ja dann noch mehr hocken. Naja, wie auch immer. Ja, ich bin schon im Endspurt. Ich tue schon saugen, aufbastete Garage nicht. Und ganz am Schluss, habe ich euch schon gesagt, seht ihr auch noch meine Terrasse, die ich gemacht habe. Und ja, zweieinhalb, drei Stunden ungefähr habe ich gebraucht für die Garage. Und es ist jetzt nicht super ordentlich und deep clean, aber es ist wesentlich besser. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon jetzt schon einmal fürs Zuschauen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Jetzt den Instagram-Namen habt ihr unten in der Infobox stehen. Meine Sachen, die ich verwende, die sind sowieso immer in der Infobox drinnen. Und für alle, die neu sind auf meinem Kanal und es ja noch nicht gemacht haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Dazu einfach unten auf den roten Button klicken. Und wenn ihr das Glöckchen daneben anstellt, bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Was immer Montag und Donnerstag ist, beziehungsweise sein sollte. Und so sieht es jetzt nachher aus. Also, wie gesagt, es ist noch immer nicht perfekt, aber... Da steht diese Scheißkiste von meinem Mann. Der Mistkügel. Und da sind die ganzen Boxen. Und das gehört alles am Flohmarkt, was hier alles liegt. Das Schlagzeug, wie gesagt. Dazu brauche ich dann wieder das große Auto von meinem Mann. Und das, was hier steht, muss sich auf die Deponien führen. Und da oben, da stehen meine Körbchen für Waldglas. Und daneben die für die Hunde zum Barfen. Und jetzt kommt noch meine Terrasse, die ich dann auch noch schnell gemacht habe, weil es eben so schön war und so warm war. Und jetzt brauche ich dann nur mehr ein paar Blumen. Blumen. Passt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bussi, baba. Pa!